so ich habe jetzt noch nicht so wirklich nachgeguckt aber ich mache jetzt aber mal hier weiter waren wir da schon hier war man noch nicht so wie gesagt ich mache jetzt erst mal hier weiter ich habe ihren schlüssel und von daher und elender und naja einfach mal gucken ob wir hier vielleicht weiter kommen und ob da irgendwas machbar ist ansonsten muss ich mir das rätsel noch mal in ruhe angucken das ist fies das ist richtig gemein okay aber ich will den schweren weg gehen vor allem gibt es hier kohle ja super so und soll ich einfach durch rennen mist mist das muss man ja mit drei knöpfen machen einfach durch rennen ja super herzzintenfisch gefunden wunderbar bringt aber nichts okay ähm okay wie komme ich jetzt wieder hier hoch das kann doch eigentlich so nett sein sonic boom sonic boom sonic boom oh yeah tja shanty oder sonic wer ist schneller okay der kam hier irgendwo raus bedeutet ich muss ja auch hier irgendwo wieder rauskommen irgendwie muss es hier runter gehen gut manchmal hilft ein blick auf die karte ja ist ja wohl so gedacht du lümmel gut ich mache hier einfach mal weiter und ich hoffe dass ich dieses rätsel vielleicht andersweit irgendwie lösen kann oh du elendes ratten weg mit dir wenn da jetzt keine herzen drin ist dann kriege ich krampf im hintern und da ist er auch schon super ein full life herz gut mist ich dachte ich könnte hier so ein bisschen tricky mit ihm machen nein boah ja ist klar jetzt geht es aber rund hier okay jetzt mal ganz kurz überlegen na ich muss warten bis der typ hier sein auge geschlossen hat so hier rüber hier rüber da 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 hier 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 und hier oh okay hier geht es nach oben und nach unten ne hier geht es nur nach oben ich muss mal gucken ob ich ich wollte eigentlich mal gucken ob ich hier vielleicht so hoch komme ne ne gut ich dachte ich könnte hier so ein bisschen bescheißen so dann muss ich hier hoch warte mal warte mal warte mal geht doch bestimmt auch irgendwie hier so hoch okay ne da muss ich von oben halt dran denken dass ich da nochmal irgendwo runter klatsche genau so schön langsam wunderbar okay dann muss ich hier nicht den ganzen weg nochmal zurück ach komm schon nein shit na gut dann muss ich halt doch den ganzen weg nochmal machen was soll's was soll's wir haben ja die zeit ähm ja mit dem schalterrätsel da bin ich echt überfragt obwohl ich glaube dass es da vielleicht ähm vielleicht auch eine andere Lösung gibt außer einfach retarded versuchen alle Schalter in eine Reihe zu bringen dass man da durchwaschen kann supi so ein bisschen Money und ein Herzchen das ist super jo 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 ne 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 schön mit dem olla was ist das für na komm wer weiß ob ich hier nochmal lang muss Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Dann kann uns aus irgendeinem Grund nichts antun. Yo. 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 Nein, ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Yes. Na, Mist, da komme ich nicht hoch. Schade, das wäre schön gewesen. Ah, da muss ich trotzdem noch lang. Okay. Super. Ich glaube, ich habe es. So, du kommst nach unten. Ähm, ja. Gut. Dann hat sich das doch auch gegessen. Das spielt gar nichts. Der bringt nur den. Eins weiter noch. Ja, doch. Perfekt. Super. Wunderbar. Muss ich gar nicht nachgucken. Ähm, da kann ich das Ding jetzt auch schließen. Ja, ich habe da mal ganz kurz mir ein Video angeguckt. Aber das hat mich ganz im Ernst, Hand aufs Herz, das hat mich nicht wirklich weitergebracht. Ich renne hier einfach so durch. Also da werde ich mich jetzt auch nicht... Also wie gesagt, wir haben das auch irgendwie gemacht und haben dann einfach weitergemacht. Und dann habe ich mir gedacht, jo, machst du das auch mal? Vielleicht bringt es ja was. Jo. Jo. Oh, Mann, diese scheiß Flammen, ey. Ah, stimmt. Okay, okay, okay. Ich habe vergessen. Ich habe den Wind nicht gesehen. Entschuldigung. Super. Oh, super. Opie. Hallo, Opie. Hätten sie nicht irgendwie eine Freundin von der da hinstellen können zum Speichern? Nein, es muss unbedingt der Opa sein. Gut. Wunderbar. Gibt es hier noch ein Herzchen? Jo. Jetzt kommen wir zum Boss. Ich will mal gucken. Ich habe alles, was ich brauche. Ähm. Drache. Nee, Darche. Vollkommen falsch geschriebene Monstruosität. Aua. Oh, du elender Lümmel. Oh, das ist ja mies, ey. Trink mir das mal. Und das da. Und das da. Ah, nee. Ich glaube, ich kann mit dem Super-Pike-Ball... Ah, scheiße. Kann ich die Dinger auch kaputt machen? Nee, ne? Ja, bitte. Ich hätte gern... Oh, Mann. Das kannst du ja voll vergessen, ey. Das ist ja mies. Der kommt ja auch nicht runter oder so, sondern macht die Dinger gleich kaputt. Also, ich kann wirklich nur... Ohne Pike-Ball wäre ich echt gef... Gefailt. Oh, natürlich gleich mit seiner Keule kaputt gemacht. Äh, ich benutze da nochmal einen. Dann nehme ich nochmal einen Trank. Okay, muss ich nur den Körper kriegen. Oh, das kannst du so... Der geht einem so auf den Sack mit seiner Keule. Kann ich die wenigstens in der zweiten Phase vielleicht kaputt machen? Oh, diese Sau, ey. So ein unfairer, kleiner, dreckiger Bastard, ey. Ich nehme nochmal einen Trank. Super Mädchen. Oh, natürlich gleich zwei von den Dingern. Nee, eins. Wie soll man das... Alter, wenn ich diesen Super-Pike-Ball nicht hätte, dann hätte ich echt ein Problem. Also, dass wir den teilen ist ja ganz gut, aber dass er die mit seiner Keule so richtig kaputt macht, ist übel. Ey, so kriege ich den doch nie klein. Warte mal, ich will mal was probieren. Nee, kriege ich nicht. Können wir auch noch immer schneller... Ja. Brennen doch die Besten gar nicht. Kann ich nämlich die Flügel stutzen oder so? Oh, ja, 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 ja. Was ein Kampf. Und natürlich der Super-Pike... Ja, ich hab ja nur noch einen. Ich probier's mal mit dem normalen. Ja, das bringt gar nichts. Ich probier's nochmal mit einer Monster-Milch. Den Monster-Iker hau dich mal raus. Alter, ohne Items wärst du hier echt gefistet. Ja, und... Also, hier fängt's an, so ein bisschen unfair zu werden, muss ich sagen. Ja, mach doch gleich alles kaputt. Okay, der kommt jetzt von hier. Oh, natürlich gleich kaputt gemacht, dieser Arsch-Keks, ey. Oh, Mann. Wenn diese Plattformen nicht so schnell kaputt gehen würden, dann wär das alles machbar. Aber der macht die ja direkt kaputt, dieser Arsch-Keks, ey. Der kann's halt nix machen, ne? Ich kann natürlich nochmal... Ich hasse diesen Drachen. Ich hasse diesen so sehr. Ah, ne, Darker heißt der. Der hat ja einen verschriebenen... Ja, mach doch gleich beide kaputt. Oh, der hat jetzt schön gefressen. Vergiss es. Ja, natürlich. Ich krieg auch die... Warte mal, ich will noch was probieren. Ich darf den halt auch nicht berühren, weißt du? Es ist doch unglaublich. Ich kann mir vorstellen, ich hätte diese Pipe-Bälle jetzt nicht. Dann wär ich ja echt... Da gibt's bestimmt irgendeinen Trick, ey. Ja, natürlich. Oh, Mann. Hoffentlich ist der nämlich bald hinüber, ey. Hab nämlich keinen Bock, mich noch... Oh, Mann. Also man kann einen Boss interessant gestalten, man kann ihn aber auch unfair gestalten. Und das ist wirklich ein richtig asozialer Boss, ey. Alter, hier geht alles drauf, was ich mir angesammelt hab. Wie soll ich denn erst so hochkommen, um den zu klatschen, und wenn der permanent... Oh, Mann. Ja, scheiße. Guck mal, er hat mich noch nicht mehr berührt, und schon... Warte mal. Ja, jetzt sieht das nämlich ganz anders aus, du Pisser. Nee, er trifft mich trotzdem. Och, Mann. Ja, bitte noch mehr. Du kannst ihn echt nicht kaputt machen. Das geht gar nicht. So, ich nimm mal einen Hummer. Und eine Monster-Milch. So, jetzt hat er mich mal nicht getroffen. Oh, was... Weil, welch ein Glück. Oh, Mann. Jetzt reicht's mir aber. Und natürlich gleich weiter mit dem Scheiß. Oh, was eine Mist-Sau. Was ein dreckiger Bastard. Oh, so eine miese Ratten-Sau. Vielleicht lag's auch einfach nur dort dran, dass ich mit dem Pike-Ball da halt rumgehauen hab, aber... Oh.